Ich finde hier nicht mal Sträucher. Was ist denn hier los? Gibt es die nur an bestimmten Plätzen? So nah am Wasser? Wäre ein bisschen ärgerlich. Okay. Hm. Schön. Scheiße, dass man die auch nicht aufheben kann. Nö, ne? Ja gut, dann halt nicht. Gut, da hinten sind wir draufgegangen. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen, wenigstens das. Nehmen wir gerne mit. Blätter, Eisen. Sträucher haben sie hier sehr, sehr, sehr gering angesiedelt. 85. Dich könnte ich schnappen nachher. Geh weg. Okay, den nehme ich noch mit. Ein Survival-Game der Extra-Klasse. Also so oft bin ich selten draufgegangen. Das ist ja der Wahnsinn, außer bei Black Squad. Aber in dem Spiel hier, achte man jetzt. Neunte. Guck mal, ich weiß es auch gar nicht mehr so, weil es viel zu viel war. Was heißt denn, das Zeichen unten rechts? Bin ich etwa infiziert? Mit was denn nun? Was wirst du? Was, 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 was? Okay. Schön. Danke für keine Anzeige in der Afel. Danke, dass du mir keine Hinweise gibst. Schön. Wir haben in der Zeit absolut keine einzige Tasche gefunden. Man kann auch das nicht kaputt machen, ne? Nö. Hört sich gleich an. Geh weg. Wir gehen zu unserer Heimat, weil da gehen die dann immer wieder. Wir gehen zu unserer Heimat, da gehen die immer wieder. Nummer 10. Schön. Also ich verspreche euch, wenn ich jetzt noch fünfmal sterbe, dann habe ich keinen Bock mehr. Kann doch nicht wahr sein. Es ist ja unfassbar. Wo bin ich jetzt draufgegangen? Hier ist wenigstens eine Tasche. Da hinten. Toll. Aber ich habe es, äh, man kann, äh, mir nicht vorhalten. Ich hätte es nicht versucht. Ne? So ein Krampfmann. Ich weiß, wir müssen da auf die andere Seite, aber ich dachte, komm. Schau es dir mal, vielleicht gibt es hier was. Nee, leider nicht. Für die Macher von Substinenz bitte weniger Tiere. Wäre ganz nett. Wäre echt nett. Genau. Da ist eine Pflanze, die will ich haben, ne? Kann ich aber nicht machen, weil da das blöde Viech kommt. Was bist du? Ein Bär. Geil. Läuft. Oh, halt's mal. Geh weg. Ich habe auch keine Knarre mehr. Nichts dergleichen. Da ist ein Teddybär. La, 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 la. Oh ja, genau. Lauf. Fettsack. Es ist zum Hain. Es ist zum Hain. Könntest du bitte weggehen, Hund? Bitte. Da ist die Pflanze hier weg. Was ist denn sowas? Wir rennen einfach mal und hoffen das Beste. Eigentlich ist die Kondition noch ein bisschen gnädig zu uns. Kann man dich so wegnehmen? Wurde eher nicht. Geht das mit dem? Braucht das nur länger? Ah, okay. Was auch immer das ist. R. Kohle. Kohle. Hätte ich aber nicht gedacht, dass man das mit der Ding rausbekommen. Mit der Axt. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt öfters draufgegangen sind. Bringt die Bandage und sowas. Dadurch, dass wir öfters jetzt draufgegangen sind, wird es uns immer schwerer gemacht. Zumal wir jetzt auch keine Waffe haben. Tageszeit fehlt mir auch ein bisschen. Also eine Uhr wäre ganz cool. So, erstens technisch ist das eigentlich noch alles safe, was wir haben. Hier. Können wir wenigstens nachher zwei, drei Seile machen. Und uns eine Kiste. Oder vielleicht heben wir uns die Seile auch auf für ein T-Shirt. Dass dem Herrn nicht immer so kalt wird. So, die nehme ich auch mit. Schön, ein Apfel. So, mal ein bisschen schauen. Flinzchen mitnehmen. Oh Gott, bevor der Wolf kommt. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Einmal kurz Munition herstellen. Ach, shit, geht nicht. Ein hartes Survival-Game. Muss ich wirklich sagen. Es ist nicht einfach. Wirklich nicht einfach. Wo ist denn unser Leichnam? Der ist da drüben. Okay. Oh, da hat noch mal eine Kiste. Und Eisen sogar. Oh Gott, oh Gott. 300 Nägel. Super. Das geht nicht. Also er kann Kohle, kann er machen. Aber die anderen Materialien, die kann er sich nicht ziehen. Ich schwimme einfach mal rüber. Das Gute ist, die Kälte macht uns ja im Wasser nicht so viel aus. Da ist noch mal eine Pflanze. Da drüben auch. Ich muss die leider wirklich mitnehmen, weil die sehr, 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 sehr viel wert sind. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Bio-Öl bekommen. Ach so, das könnte jetzt Arznei drin sein, ne? Oder halt Leben an sich. Okay. Bei jeder Kiste oder Beutel steht auch immer was davor. Gut, wir planschen mal rüber. Tschirolimo! Hier kann man leider halt nichts sammeln. Oder was bist du? Pick it up, Kelp. Okay. Hier ist gerade im Moment keiner. Was ist das? Proteine? Das kann ich essen. Vegetarisches Hunger plus drei. Ah, okay. Man kann es essen. Cool. Ich habe Eigen gegessen. Auch nicht schlecht. Ist gesund, liebe Kinder. Fragt man die Mama, ob die es machen kann. Also, es ist relativ gnädig mit diesen Taschen. Also, die spawnen relativ oft neu. Hat der jetzt nur eine Kugel hergestellt? Das war aber sehr, sehr mauch. Boah, wie es hier windet. Also, hier real life. Nicht im Spiel. Es windet sehr. Ein Tag vor Silvester. Können wir jetzt was herstellen? Kriegen wir da wirklich jetzt nur eine Kugel raus? Das wäre so blöd. Das wäre echt ein bisschen wenig. So, hier ist Munition drin. Tatsache. Tatsache. Wir müssen immer wieder aufs Neue. Auf Loot-Tour gehen. Das kann ich nicht mitnehmen. Kann ich das kaputt machen? Move. Äh. Amüsant. Ah, da geht es wieder nicht. Okay, schade. Zumindest kann man die Sachen bewegen. So, toll wäre es, wenn ich jetzt meinen Körper wiederfinden könnte. Mein Leichnam. Der ist natürlich da, wo der scheiß Bär ist. Aber dann ist der andere frei. Weil da war unsere Knarre dran. Fragt sich nur, wo der liegt. Und das ist so eine mega kleine süße Kiste. Wo könnte die liegen? Da war halt unsere Knarre drin mal, ne? So unter uns. War das eigentlich schon ganz cool. Wie, wie, wie tut man doch mal eine Shotgun herstellen? Weil... Leder, das ist halt das Klamotten. Und ich weiß nicht, woher ich Baumwolle nehmen soll. Ich bin hier entlang gelaufen. Und dann hat das blöde Miststück mich doch schon erwischt. Hm. Der Bär geht auch nicht von meinem Startpositionsplatz gedöhnt. Der Wolf ist auch noch da. Ich glaube, ich habe doch gerade meine Kiste gesehen, oder? Nö. Scheiße. Wo bin ich denn zum ersten Mal draufgegangen? Eine andere Frage, kriegt man die Kiste überhaupt noch? Wo ist die heute nachher einfach mal weg? Wäre ein bisschen gemein. Ich sehe nichts. Ich sehe leider echt nichts. Wie kann ich mir eine normale Pistole machen? Das geht sogar noch. Das geht sogar echt noch. Aber ich schaffe es niemals, den Bärenflug zu legen. Zumal der auch ins Wasser mitgeht. Habt ihr eine Idee? Wäre ja ganz toll. Die Pistole werden hergestellt. Seile hätte ich nachher vier Stück. Wie geht es um, bis zumal. Bis zumal. Bis zumal. Bis zumal. Bis zumal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020